Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Jump League mit Unge, guten Tag. Hi Unge, was geht's? Lange kein Video mehr gemacht. Ja ich bin gerade in L.A. Back in L.A. Back in L.A. Ich dachte gerade, ich spiele immer eine Runde LSU und Mountain Dew mit dir. Ja wie geht's, Freunde, wie geht's, wie geht's? Wir haben lange mal wieder kein Video zusammen gemacht. Wir haben lange kein Jump League mehr zusammen gemacht. Ich hasse Kadel, macht den aus den Videos raus. Der ist voll assi. Ja eben. Ja und Kadel macht nämlich jetzt auch Videos oder eins. Was da kommt, was da kommt, sagen wir nicht. Da könnt ihr aber mal vorbeigucken. Es wird geil. Es wird auch lustig und ihr mögt das alles. Es wird feucht. Es wird richtig feucht, Leute. Und die Verdauung, die spielt natürlich auch wieder richtig mit. Natürlich. Es sind ganz viele neue Ebenen, ne? Ja, ich merke es auch gerade, weil ein paar davon sind dabei, die habe ich auf jeden Fall noch nie gespielt. Aber ich habe letztens, habe ich auch noch mal gespielt. Und da waren auch schon wieder so viele neue Sachen dabei und die haben mich richtig abgefuckt. Richtig abgefuckt haben die mich. Oh, was ist das für eine Scheiße? Hier, Oreo-Keks, Alter. Hast du Beef oder was? Was haben wir denn hier? Mhm, 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 nur Scheiße. Nee, der Tech ist wirklich ein Oreo-Keks, ne? Ich mache es ernst. Ich kann ein Scree-Shot machen, wenn du willst. Ey, behörst du dich. Glaub ich dir auch so. Was hast du noch für ein Tech-Jub-Pack, hallo? Keine Ahnung. Interessiert mich nicht. Ja, okay. Ja. Ähm. Folgt mal einfach alle auf Snapchat. Ja, folgt mal alle Kattel auf Snapchat. So ein Kattel. Alter, meine Story hast du nicht gesehen. Das ist geil, oder? Ey, das bringt so Spaß. Ich habe so Dütches. Du hast mir immer nur angeguckt, man sieht dich nie in der Story und da habe ich geweint. Ja, aber das Ding ist, du weißt auch nicht, wie meine Haare aussieht. Doch, ich habe sie bei Skype gesendet. Ja. Aber, äh... Ja, wieso? Findest du die so schrecklich, oder was? Ja, das sieht echt scheiße aus. Kattel hat eine Glatze. Nicht mehr. Also mittlerweile ist es sogar ein bisschen... Kattel hatte eine Glatze. Ja. Hier sagen wir ja, Kattel sieht aus wie so ein verurteilter Straftäter, dem die Haare rasiert wurden, aber der doch nicht eingesperrt wurde. So sieht Kattel aus. Weil ich von der Polizei flüchte. Still running from the law und so. Ja, auf jeden Fall. Ist aber lustig, oder? Sei ehrlich. Dass du eine Glatze hast? Nein, die Story. Ach so. Das mit der Glatze fand ich eigentlich wirklich lustig. Ah, fick dich, Alter. Ich sehe schon den Videotitel. Kalle hat eine Glatze. Und dann so deine Fresse mit so einer richtig dicken Glatze. Kick dich, Alter. Ja, aber ich will, dass du mir das Bild schickst, okay? Das Ding ist mein... Ey, Alter, hier ist ein... Hier ist ein Jump. Da muss man hochbouncen. Und ich habe keine Ahnung wie. Minecraft, so weit, ihr Gämserlieder, soll ich sagen. Ey, leck mich doch am Arsch, Alter. Leck mich doch am Zückerli, ja. Genau daran habe ich auch gerade gedacht. Hallo, wie soll das gehen? Freunde, wie geht es eigentlich euch? Hä? Wie soll das gehen? Digga, ich bin so weit hinten. Ich habe so dünn Schiss. Ich weiß nicht, wie man auf der Scheiße springt, ne? Ey, das See und Mountain Dew. Da ist wirklich... Ey, jetzt mal ohne Witz, Kalle. Da ist ein Jump. Da musst du drauf springen, musst wieder hochbouncen. Oh, oh, ich habe es hingekriegt. Super. Minecraft Survival Games. Muss man echt hochbouncen? Ja, das sind so, ähm, hier diese... Anusblöcke. Diese Schleimblöcke. Ja, ja, Schleimblöcke. Ja, du scheiß Schleimer, Digga. Minecraft. Meine Katze läuft auf meinen Tisch. Das ist nämlich nicht gut. Sehr kontraproduktiv. Kannst du mal weg hier? Kontra K, Digga. Kennt ihr alle Kontra K? Schreibt mir in die Kommentare. Kontra K? Wer hat denn sowas? Er ist voll cool, Junge, halt die Fresse. Er sagt so... Alter! Ich stehe dir auf eine Reise, du bist high und bist nie wieder zurück. Denn du bist fly. Du bist erst down mit uns, wenn du high mit uns bist. Du bist erst in meiner Toilette, wenn du down mit mir bist. Oh Gott, ich hänge fest. Du Toiletten-Tieftaucher, Digga. Mein neues Lied, Toiletten-Tieftaucher. Ach, das ist dein Lifestyle, Toiletten-Tieftaucher. Mein Lifestyle. Oh, hier ist ein Sprung, da muss man hochbouncen. Ja, da habe ich da gerade eben von geredet. Ich bin immer da runtergefallen und habe dann immer die... Oh, scheiße. Ich habe immer die Leertaste gedrückt. Du darfst aber nicht... Ach so, man soll keine Leertaste gedrücken. Ne, das habe ich auch gedacht. Einfach runter springen und nichts drücken. Voll UFO, Digga. Warum bin ich auf diesem Planet? Ich verstehe nie, warum ich auf diesem Planet bin. Skywalking and Kitter. Ey, ich habe es geschafft, Digga, beim zweiten Pass hoch. Du bist so schlecht am Kader. Ich habe einfach nur nicht gecheckt, wie es geht, aber ich habe es dir direkt erklärt. Du nab... Du hast den Maul, Alter. Ich habe es ohne dich hinbekommen. Ja, pfff. Ohne mich wäre es jetzt noch da. Hallo, mein Name ist Rotpilz. Kannst gar nichts. Ja. Ja. Hallo, mein Name ist Kader Media. Kannst du gerade sagen? Das hast du jetzt ganz schnell gesagt, damit ich dich nicht damit dissen kann oder was? So ein Hund, ne? Kennst du Kader Media? Ja, natürlich. Bester Kanal EU. Leute. Hallo. Wie kann ich dieses Magic Book benutzen? Bin ich überhaupt noch im Spiel? Ja, bin ich. Magic Books. Äh, ich... Willst du mich natzen, Alter? Ja. Alter, ich... Ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich hin muss, ne? Ey Junge, ich komme hier nicht hoch, Digga. Ich bin zu schlecht auf diesem Planet. So. Ich mach mir erst... Er enchant mir erst mal den Shit hier jetzt. Hallo? Hallo? Geht doch. Äh... Ja, ja gut. Hab wohl nicht genug Level, würde ich mal sagen. Ja, dann geht's auch schon weiter. Tja, schade. Abonnier mich. Warum schreibst du das? Keine Ahnung, weil er zu mir meinte selber und dann... Nein, du Mobbing. Nein, du Mobbing. Tja, das ist das Jahrhundert, Freunde. Wenn jemand euch blöd kommt, dann sagt er einfach nein, du Mobbing. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich war so knapp am Ende. Alter, ich komme hier nicht hoch. Was ist das für ein Fettsack? Scheiße, Alter. Kackst du aber. Deine Väter sind Huren. Tja, Alter. Deine Väter sind Huren. Was sagst du dazu? Er schreibt halt jetzt wirklich irgendwas. Okay, deine Mutter arbeitet unter meinem Tisch. Vor allem, du hast es irgendwie in so zwei Sekunden geschrieben, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Ja, dein Vater bei mir. Ja, okay. Wenn das so ist. Ist irgendwie ein bisschen homo, wenn der Vater bei ihm unterm Tisch arbeitet. Also, dein Vater. Ja, Hashtag Love Wins würde ich dazu sagen. Hu! Ah! Und. Ah! Und nochmal. Ah! Ich habe es nicht geschafft. Ich bin so ein Kack-Noob gerade, ne? Ohne Witz. Leck mich doch an den Eiern. Ah! Hast du gesehen? Ja. Er schreibt ja, du. Ja. Sicherlich. Warum glaubst du, der ist Türke? Ja, weil er es merkt, weil er so aggressiv ist. Hahaha. Achso. Merkt. Ja. Ich bin auch Türke, deswegen. Ne, Leute. Schreibt mich nicht an. Schreibt mich nicht an. Fall auf die Scheiße! Geht jetzt, oder? Komm schon. Da, da, da. Wie du stillst. Minecraft Survival Games. Alle mal vorbeischauen. Ich habe keinen Plan, wie ich das schaffen soll, ne? Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Ich will es schaffen. Leute, ich feiere französischen Rap übertrieben, ne? Ich weiß nicht, was mit euch ist. Französischer Rap? Ja, das ist so geil, Mann. Ist nicht so mein Ding. Ja. Dein Ding. Mein Ding? Was mit meinem Ding? Ist ein Ding, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Hahaha. Was soll das heißen? War das jetzt ein Kompliment, oder war das ein Diss? Vielleicht. Vielleicht. Beides. Oh mein Gott, ich habe die Barbo-Rüstung von 1998 gefunden. Ach du grüne Neune, Alter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verspüre gerade so einen Kratzen an meinem Penis. Ja, da muss jemand helfen. Ich rufe mal Rewinzeit. Hashtag ReWilz. Hashtag ReWilz, genau. ReWilz, yeah. Alle ReWilz shippen. Komm. Ja, ich habe es geschafft. Ich nehme euch alle an alle. Was sagst du? Hast du auf dem Video gesehen, Digga? Hashtag ReWilz und so? Warst du auf der Bühne? Ne, ich war nicht auf der Bühne, aber ich war auf der Leinwand. Auf der Leinwand, ja. Na ja, normal. Ich habe es so gefeiert, Alter. Ah, ReWilz hat sich bestimmt voll süß angeguckt und so, ne? ReWilz hat mich geküsst in dem Moment. Oh mein Gott, Leute. Oh, das wären so viele Pages drauf. Ah, ReWilz is real. Ah, ReWilz is real. Ah, ReWilz is real. Kill ihn, kill ihn. Scheiß auf no teaming, Alter. Komm, den machen wir fertig. Ich mach den Ding, du machst den fertig. Ich scheiß auf no teaming. Als würde ich diese scheiß Regeln ernst nehmen. Ich lebe nach meinen eigenen Regeln. Boah, Junge, wir nehmen die gerade richtig auseinander, ne? Hast du meinen Gear gesehen? Oh, es riecht so gut, ne? Meine Mutter kocht schon wieder. Was kocht die, was kocht die? Köfte oder was? Deine Mutter. Ja, ich hab ihn getötet. Sauber. Was bin ich? Geh weg. Aber, 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 aber wir haben uns ja nicht gesehen, deswegen ist es hier kein teaming, weißt du? ReWilz, Digga, ReWilz. Digga, ich schlag die ganze Zeit mit meinem Bogen. Bin ich eigentlich geistig zurückgeblieben? Ah, nein! Karte, wo warst du? Ich hab dich gebraucht. Du hast mich zurückgelassen. Ich bin gestorben. Elendig. Oh, Leute. Verordnungspiel richtig verrückt. Stirb, Alter. Da ist einer, der heißt einfach hauptberuflich. Anderen rutscht das Herz in die Hose, weil mir rutscht es in den Darm rein. Mir rutscht mein Herz manchmal in den Anus. So, hier erstmal den... Aber nur weil ReWi da ist. Genau, deswegen. Das ist der einzige Grund, warum das zu machen tut. Ey, ich bin's haupt, du Fisch! Oh, oh, pfff. Ich hab dich nie gesehen. Du bist Wonder Whale, das bist gar nicht du. Doch, du. Ich bin... Ach so, ja. Verstehst du? Wunderbeef, Digga, kennst du Wunderbeef? Natürlich kenn ich Wunderbeef. Er ist so ein Bruder, ne? Hä, wer kennt denn nicht Wunderbeef, hallo? Alter, Wunderbeef ist der beste YouTube-Kanal. Äh, hier ist so ein Typ, der campt auf einer Torte und ich krieg ihn da nicht runter. Ich hab da nämlich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ich verstehe nicht, warum ich auf diesen Star Wars bin. Nein, ich bin. Miss shit, wie ein Vader-Zimmer, Skywalker wie Anakin. Oh! Ey, ich gehöre, ey, ich gehöre doch, Anakin. Ah! Bist du fly, es geht weniger die Müsse. Ah! Ey, ich fühl mich. Oh, nein, ich werd Anna angenommen. Oh, nein, nein, nein! 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 Dieser abgefuckte Abstauber-Spiel-Modus. Das kann doch nicht sein, Alda. Alda. Alda, Alda, Alda. Alda, Alda, Alda. Das ist wie so eine Krankheit. Ich sag in letzter Zeit richtig oft Alda. Als wär ich irgendwie so ein geistig zurückgebliebener. Was? Alter, nein! 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 Alter, ne? Ohne Witz jetzt. Ich bin gerade fast verreckt. Es war so knapp, ne? Du bist so arm, Kurt. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab überhaupt keine Orientierung. Ey, ich verstehe nicht, Mara. Ich hab dich auf diesem Server bin. Ich verstehe's ehrlich nicht. Ich will diesen Spielmodus nochmal nur auszurasten. Junge, ey. Das ist wirklich so ein Spielmodus, der macht einen einfach nur aggressiv. Da würdest du einfach deine Tastatur gegen die Wand hauen Ich seh dich Ich seh dich Ist das jetzt irgendwie so Wow Ich helf dir, ich helf dir, lauf Nein, ich geh nicht, ich geh nicht schon Geh weg, kriege nach hier Oder was du auch machen musst Oh du Schuhansinn Das staubst du ab Oh yeah Und nochmal Wer ihn als erstes kriegt Los, lauf Ich habe richtig Alle Hayden in den Kommentaren Ja, alle Hayden Weil wir Team hier Ist mir ja scheißegal, Leute Nimm mal den Stock aus dem Arsch Die sind 2015 Meine Items, tschüss Ja, ist mir doch egal Guck mal Guck mich doch mal an, Digga Ich bin ein gemachter Mann Guck mich an Guck mal, du hast noch zwei Leben Wow Hat mir richtig viel abgedacht Stirb, du Haarwutschkafer Ja, schön mit Angel Du kleiner Kacknu Ja, ich bin nicht voll gerekt Was soll ich machen Ja Ist klar Lass mal reporten Quotenkadel, Alter Quotenkadel report Report Scheiß gar nicht abgeschreibt einer Ja Dann würde ich sagen Das war es mit dieser wunderschönen Folge Wenn es euch gefallen hat Dann lasst eine positive Wertung da Und wenn ihr mehr Jump League mit Kadel Haben wollt Dann Dann schreibt es in die Kommentare Wenn ihr mehr davon haben wollt Guck beim Kadel vorbei Der ist unten in der Beschreibung Der macht jede zwei Wochen Macht jede zwei Wochen Ein Video Zwei Wochen sind wieder vorbei Deswegen kommt heute wieder ein Video Ja Ich würde sagen Das war es Und wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.